Wie gesagt, ich weiß nicht, was wir haben. Wir suchen etwas, was zu holen. Herr, ich habe eine Schleuchte in der Schule, und ich habe es schon seitdem erinnert. Ich habe es immer noch ein Stück in der Blut. Herr Herr, bitte. Ich sage mir, was du möchtest, und ich werde meine Hauptsache. Ich werde meine Hauptsache, um dich zu helfen. Hier ist das Problem. Ich weiß nicht was ich will. Es ist ein bisschen, wie Pornografie oder ein Perfekt Turd. Ich kann es nicht ganz beschreiben, aber ich werde es wissen, wenn ich sie sehen. Du bist nicht in meine Verständigung. All right, all right. Holy shit! Wie ist das? 236 Billion Dollar worth of Cargo kam durch die Porte von Los Santos vorhin. Er ist wirklich gut mit Numbers. Ich weiß nicht, wie ein Pornografie von Pornografie ist, Floyd. Du musst uns die In-Side-Track auf was kommt. Wir wissen nicht was in den Containern. Sie sicherlich nicht die Preis-Tag auf sie. Ich habe es gesehen. Was? 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 Was haben... Zu versterben? Ja. Ich denke, jetzt, dass du es erwähnt hast... Es ist nicht ziemlich richtig. Fertig. Perfect. Kann ich auf dem Bord? Nein, nein. Sie werden dich nicht irgendwo an dem Bord. Sie sind scheiße. Das letzte Mal, mein Freund, Ralph... Ich weiß nicht, dass Ralph... Wir müssen uns mal schauen. Ist es noch etwas anderes? Es gibt noch ein paar Meriwether-Güßchen von der Navy-Warehouse. Sie haben die Böse kommen in und aus. Ich habe gehört, dass sie etwas testen. All right. Wir schauen uns das auch. Alles klar. Go park and get the Dispatch. Yep, will do. Go park and get the Dispatch! Komm schon, es ist gerade zu Beginn. Hier kommt der Soap. Ich muss in die Nachrichten. Erinnere dich. Floyd, das kann wirklich falsch gehen. ganz schnell. Wir haben eine Waste-Village und ich habe eine Schlacht auf der Klinik-Crew. Es gibt nichts. Das Wade hier wird nicht für eine heiße Beine machen. Ich hoffe, du hast einen starken Stomach, son. Hey, Hund. Geh in da! Tut mir so leid. Alle tun mir leid. Ich hoffe, wir sind so ein Arsch noch. Ja, es ist hier. Du hast helikopteren kommen in und aus hier? Du weißt, diese große Schraubfläche, die ich ein ganzes Schraubfläche kann ein ganzes Schraubfläche holen? Nun, das ist die Luftfläche restrikt. Sie können nichts raus aus hier ohne Klärung. Sie können es schießen, wenn sie müssen. Also, wie ein Mann in eine Runde sollte es in und aus diesem Ort kommen? Wir haben einen Porten, der sich zu 50 Meter entfernt. Was ist die Ausgabe der Ausgabe? Sie haben Kutters, 45-Foot-Response-Vessels, Sie werden nicht viel schneller gehen, besonders wenn Sie etwas tragen. Vielleicht werde ich dich auf dem Merriam-Turner-Pas. Ich habe gerade gesagt, sie haben die Luftgewehr richtig gegründet. Okay. Das ist das Freitern, was ich dir gesagt habe. Was denken Sie haben? Wir sind nur Stevedor. Wir wissen nicht, was in den Containern ist. Aber? Aber diese sind im Militär. Die Regierung. Was ist etwas wunderschön daran? Die Regierung ist ein Freitern. Er kommt, geht direkt durch. Das ist einfach hier. Sie beginnt zu erzeugen meine... ...kuriosität. Sie sind mit den Mannen bei 2 Uhr. Sie haben den Forrest einen schweren Moment. Sie! Sie! Wir brauchen zwei Leute auf der Handler. Ein paar Containern und Baby muss auf die F. Das ist keine Frage. Geh auf! Jetzt! Okay. Geh auf! Wir müssen das machen. Wie soll ich das wegwerfen? Ich dachte, du wolltest den Ort auf den Ort auf den Ort. Ich dachte, du wolltest den Ort auf den Ort. Wir haben nicht die Containern. Sie müssen deine Karte auf den Ort auf den Ort. Ich bin nervös. Sie sind immer nervös. Sie sind immer nervös. Entschuldigung! Nicht immer, Herr. Just around you. And it's just... Cousin Wade's own. He better hold it together. Stick to the story. You'll be fine. Boys on a Waste-Clearance-Crew. He's never happened when he's neck deep and shit. Okay, wie mache ich denn das genau jetzt im Moment? Das sind die Container in Bay B. Schau sie an! Okay, wir haben es geschafft. Lass uns sie nach Bay F. Ich weiß, warum sie sie Handler nennen. Weil sie Handler nennen wie ein Traum. Das ist nicht ein Zeug, Herr, es ist schwerer Maschinen. Dank fuck, ich bin hoch als eine Karte. Du solltest nicht operieren dieses Fahrzeug, während du unter der Influenz. Ich werde dich unter der Influenz operieren, wenn du nicht vorsichtig bist. Das ist eine richtige Millimeterarbeit hier. Nicht? Oh. Echt mal, wieso sagst du sowas? Vollidiot. Na gut, für uns. Ich frage mich, was diese Missionen denn jetzt überhaupt mit der Hauptstory zu tun haben. Aber ich glaube, so eine richtige Hauptstory gibt es einfach nicht. Wir nehmen einfach teilweise an diesem Leben teil. Okay. Oops. Und es hat sich! Hey, whose dick you have to suck to get this job? Being a Stevedor used to be backbreaking work. Now you're paid brain surgeon bucks to push an oversized shopping cart. I did not fellate she ate no one to get this job. Debra's old friends with the, well, with the, well, with the, well, with the, with the say no more. You didn't fellate no one, but darling Debbie probably did. She probably enjoyed it. So, jetzt hab ich da nochmal richtig gemacht. Okay, it's up to the top of the crane for me. Ja, hier können wir den Wagen stehen lassen, finde ich. Der ist ja optimal. Hey, hey, you asshole. Get up. How is it hanging? How is it hanging? Why do I know you? Hi. Hola. Ich frage mich, ob solche Leute wie Trevor tatsächlich existieren. Also, so jetzt in echt. Weil, das macht mir ein bisschen Angst. Das macht mir echt ein bisschen Angst. Vor dieser Welt. Vor solchen Menschen. Aber dass ich nicht in Kontakt mit solchen Menschen komme, die einfach irgendwann in meinem Haus auftauchen und mich dazu zwingen. Mit der Sicht, ich habe mich auf einem Kran-Driber auf ungefähr eine Stunde warten. Ich bin nicht vermittelt, Kran-Driber zu fahren, buddy. Hey, du musst mich, um deinen Union-Repp hier jetzt aufhören? Je nachdem du in den Cabin, je nachdem wir hier rauskommen können. Das ist auf dich. Geht um das Führerhaus zu bewegen, um die Perspektive zu ändern. Erstmal, du musst dich aufhören, um den Cabin über den Container zu nehmen. Erstmal, du musst dich aufhören, um den Cabin über den Container zu nehmen. Du hast, wie du in der Lage bist. Das ist aufhören. Geht die Sprecher runter, damit man kann den Container zu nehmen. Du bist gut für mich. Du musst ihn aufhören. Du hast es. Und wie mache ich das? Also. Okay. Wieso hättet ihr das nicht selber machen können? Faule Stück. Scheint ja gar nicht so kompliziert zu sein. Alles easy. Dauert nur ganz schön lange. Echt ganz schön lange. Holy moly. Okay, okay, okay. Okay. Ich will nicht aufhören, dass du aufhören kannst. Die Container ist lockt. Alles das Freitag. Und du hast gesagt, dass du nicht qualifizierst. Geh zurück nach dem anderen Seite und wiederholen. Ja, haben wir gerne einen Job. WTF, wieso müssen wir das jetzt hier machen? Ich wollte nur ein paar Fotos schießen. Ja, 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 mach ich. Bleib mal geschmeidig, Bitch. Nicht so unfreundlich werden hier. Sonst wird Schäuber wieder wahnsinnig. Und das will keiner. Denk ich mal. Und los geht's. Die wilde Fahrt. Wie viele Sachen man drücken muss alleine. Guck mal, oben links. Wie kompliziert das ist. Und wofür? Jetzt mal ganz im Ernst. Das Spiel ist Wahnsinn. Das Spiel ist Wahnsinn. Genauso wie Trevor. Oh oh. Ich muss halt ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Oh oh. Nicht gut. All right. You're done. Break time. Finally. So, danke. Fotos für die Kinder. Fotos für die Wache an Bord des Schiffs. Fotos für das Heck des Schiffs aus der Totalen. Und das schicken wir jetzt alles an Ron. Ja, perfekt. Fotos für die Kinder. Ich scherfe gerade was aus und melde mich wieder, sobald ich was gefunden habe. Ron. Sag mal, habe ich eigentlich mit ihm hier Dings verkauft? Ich glaube schon, oder? Ich möchte nur noch kurz sicher gehen. Ich habe kein Portfolio. Ich möchte trotzdem noch mal kurz runter gehen. Ist jetzt mittlerweile auf 300. Jetzt da stand bei 382. Man steckt immer noch. Verdammt, ich wurde genutzt. Naja, aber es steigt nicht mehr besonders krass und wir haben einiges an Kohle rausgeholt, würde ich sagen. Es war ein kleines, es war ein minimales Plusgeschäft, könnte man behaupten. Weil ich bin so ein Vollhorst. Das sieht ja auch alles extrem sicher aus auf diesem, auf diesem Kran. So, lass den Abgang machen, ja. Trevor freut sich. Heute, heute, heute ist wieder der Teddy dran. Teddy, äh, Trevor freut sich. Das ist fucking creepy, einfach nur. Trevor, komm mal. Ich kann dich über die Warehouse nehmen. Wir können den großen Räumen benutzen. Sag mir nicht, dass ich den fahren muss. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch machen. Let's go. Es ist auf der anderen Seite der Port City. So, sie haben einen von diesen Driedogs gehalten. Wir können uns schauen, aber niemand kann da sein. Normale Regeln nicht an uns, Floyd. Wir gehen. Ich weiß nicht. Regeln haben mich an meine ganze Zeit, aber ich mag die Regeln. Und du hast dich. Du bist ein Fehler. Du bist in einer Lieblingsbeziehung. Was heißt, Lieblingsbeziehung? Ich liebe Deborah. Wenn sie dich liebte, sie wäre hier, würde sie, aber sie ist nicht. Was soll sie denn hier? Du, 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 du weißt, ich bin nicht sicher. Du hast einen Driedogs-Job. Was? Driedogs-Job? Nein. Floyd, es ist Driedogs-Job. Being a unionized Longshoreman is one of the best-paying jobs in the country. You kill people around La Puerta, that's what you do? They're liable to rob you. You're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. They ain't so bad. I've been doing this every day for 10 years. Only usually with less of the Kriminalität. You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when we did. I'm saving you from yourself. Ja, auf jeden Fall. We didn't hear from Wade. When he was mother, he's fine. Those spillage shouldn't take this long to contain. There must be a lot of it. We're going to get the airsoft right now. We're going to get the airsoft right now. Hey, 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 hey. You can't come through here. It's restricted access. No enciendo. No understand you. Huh? Manifesto. Manifesto say deliver here. Hey, stop. Where the fuck did you think you're going? Get back out. Get back out. Hey. We must have got confused. God don't speak English. Must have read the manifesto. He said, he said no. He said no. He said no. Get back out. What the fuck? Sorry. You're not going alone. What the fuck? What's that mean that for Typen? Schöne Karre. Nicht. Trevor? These photos. You've really stumbled onto something. The ship. Merriweather. Yeah, 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 yeah. I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we've got a good chance of taking over. The way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifesto. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Merriweather at the same time. I got a file here somewhere. Okay, ausgezeichnet. Irgendwas militärisches zum testen. Finde ich gut. Da füß dich doch mal hier. Alter, guck mal, der hat so eine richtig krasse Ladung hier, der Laster links von uns. Das ist mal dem auch im Sack gehen. Da müssen wir jetzt hin. Aber wir müssen jetzt noch 2,8 Kilometer fahren. Naja, warum nicht? Achtung, die Brücke ist Slippery when Vetch, stand da gerade. Das ist hier zu wissen. Das sind so freundliche Schubser, die sich Lkw-Fahrer zwischendurch einfach mal geben wird. Gehört dazu. Nicht wahr, buddy? Die freuen sich darüber. Einfach was Nettes. Wieso fahre ich mit dieser Scheißkarte? James Town. Bam, bam. Na, Kollege? Hier ist die Lage. 2 Kilometer noch. Ich komme nicht vorwärts. Ich kaufe da anders. Geil, wie ich die Handtasche, äh, wie ich das Täschchen immer dabei habe. Ja, auch mal witzig, wenn man einfach so ein Auto klaut. Von, von, äh, Irgendjemandem, der irgendwie so ein Drogenboss ist und dann einen jagt. Jetzt habe ich den Bullen am Sack, natürlich. Ich muss mal kurz fliehen. Dieses Spiel ist so politisch unkorrekt, das ist der Hammer. So etwas kennt man eigentlich gar nicht. Also klar, GTA war schon immer politisch unkorrekt, aber... Das gibt mir hier mehr WTF-Momente als Saints Row. Und das wird schon was heißen. Ich bin jetzt hier gelandet. Oh, warte mal. Warte, 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 warte. Oh, was ein Trick, ey. Sie hat gesehen. Wuuu. Das war ein Scan-Bot. Wo bin ich denn hier hingekommen? Ah, genau, hier oder? Oh, sorry. Oh, sorry. Ey, wo soll ich denn jetzt hin? Ey, die sind auch offen, glaube ich. Ja, ohne Scheiß, die Stadt fühlt sich wirklich lebendiger an als noch ein Libertist. Ach, den hab ich nicht gesehen. Der war ja voll in der Dunkelheit. Der war unsichtbar. Absolut unsichtbar. Unsichtbarkeitsgetrank genommen von Minecraft. Oh, oh. Uh. No Problem. Hallo. Ach, schön. Ihr seid nicht. Komm schon. Nur noch 500 Meter, dann sind wir zu Hause. Diese ist Weasel-News. Ich verstehe die leider fast nicht auf Weasel-News. Oh, knapp. So, schön, dass wir immer noch den Aktenkupfer dabei haben. Oder die Akten-Tasche. Whatever. Oh, wie es hier aussieht. Live, love, love. Alter, wie der hier alles voll versaut hat. So abartig. Hier ist noch ein Teddy. Das wird nicht gut enden. Oh mein Gott, what the fuck. Wieso ist hier ein Dildo? Vor allem ist der monstermäßig. Ach, vielleicht, weil der Freund einfach einen kleinen Penis hat. Dann könnte es natürlich liegen. Was ist hier? 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 Ich versuchte, dass ich es nicht verholt habe. Look, da ist es. Betty, du bist nicht für ehrliches Arbeit. All right. Ja, ja. Du hast, was du brauchst? Ja, 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 ja. Mehr oder weniger, ich muss einfach ein Ort für das planen. Okay, das wird es tun. Diese Frau ist nicht gut. Kein Mensch versteht, warum sie Freud benutzt ihn so... Das ist ein wenig Selbstvertrauen, Wade. Wir müssen sie zurückkennen. Jetzt! Und... WTF? Hä? 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 Jetzt! Der andere ist aus der Flasen zu testen. Sie fahren die Operation von der Flasen, wo ich letzte Mal gesehen habe, dein Freund. Wir brauchen eine Submarine für das auch, und wahrscheinlich eine Chopper. Eine große. Wir gehen da, schauen uns nach der Flasen. Wir holen sie zurück hier und wissen, was es ist. Hier? In den Kogeln? Also, was du denkst? Container ship, oder was, was auf der Flasen? Das ist eine verdammt gute Frage, ehrlich gesagt. Ich würde ja schon ganz gerne sehen, wie der Frachter explodiert. Es muss der Container sein, oder? Ja. Du und Floyd können uns helfen. Wir werden Michael enthalten, und er kann uns in Kontakt mit ein paar localen Talenten machen. Okay, all right. Was ist das Geräusch? Oh, wir gehen direkt nach der Flasen von der Flasen. Wade hier wurde verletzt, in der Leistung von ihm. Der Flasen hat sich in seinen sehr Häusern. Und ich bin sorry zu sagen, aber ich glaube, er wird niemals noch normal sein. Du kannst nicht nach der Flasen gehen. Du bist der Flasen, all right? Und du hast für uns, all right? Du schaust ihn, man. Du schaust ihn, du schaust ihn. Trevor, Trevor. Du hast eine Verkaufung auf meinem Platz zu arbeiten. Du schaust den Mr. Raspberry Jam, und Gott allein weiß was. Du schaust ihn, Deborah. Schau, meine Frau und meine Union. Das habe ich alles. Also, warum nicht wir... Warum nicht wir das alles schlafen? Hä? Wenn du dich mit dem, was zu deinem Kuss passiert ist, dann wäre es so. All right? Aber ich würde ihm ein Wasser geben und ihn ausreißen. Nein! Kein Wasser! Wie? Willst du mich verarschen? Nö, ich möchte nicht gewaschen werden. Sorry. 88 Prozent, weil ich zu lange gebraucht habe. Immerhin, Angestellte des Monats. Perfekte Überwachung, ehrliche Arbeit. Oh mein Gott. Er hat von seinem Penis gesprochen. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen. Loving it here. In L.S. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Okay. Oh, yeah. Now, there is still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Willkommen zurück, Leute. Wade hat uns gerade was geschrieben. Ich habe ein U-Boot gesehen, Trevor. Unten am Hafen auf einem Schiff der Daisy Lee. Du könntest irgendwie die Taue kappen oder vielleicht gibt es einen Schalter zum Runterlassen. Wade. Hey, guck mal. Da hätten wir ja schon mal ein U-Boot für unsere Herausforderung. Oh, was für ein süßer Schlaubertzug. Ah, wir haben noch so viele Aufträge mit Michael. Das stört mich gerade ein bisschen, muss ich zugeben. What the fuck? Achso. Ich bin im Haus, deswegen habe ich keine größere Karte. So, jetzt aber. Oh, do you hear us? Wir haben noch gar nicht gecheckt, was Randale ist. Ha. Ich finde, wir sollten mal Randale machen. Was war das für ein Geräusch? What the fuck? Na, ich nehme lieber den weißen Wagen da vorne, den ich gerade gesehen habe. Ey, scheiße, wie komme ich denn da hin? Ah, hier rum scheint gut zu sein. Oh, der hat da gar nicht geparkt. Ah, scheiße, ich wurde genutzt. Ey, was macht ihr denn da? Aber wir stehen ja ganz erträglich im Wagen rum. Der Mann ist so schlecht. Ich brauche das. Scheiße, Scheiße! Nicht 911 anrufen, Bitches. Das war zumindest ganz gut voll. Und da ist das Bimmel-Immel-Immel-Immel-Immel-Immel-Immel-Immel-Immel-Immel-Immel-Immel-Immel. Und zwar nicht zu knapp. Aber guck mal, wir lernen langsam auch mal wieder fahren. Fahren erst 40 von 100. Scheiß die Wandern, ey. Der Typ hier kann echt nicht fahren. Guck, das bin gar nicht ich, der immer Scheiße baut. Das ist immer Trevor. Der hat das einfach nicht drauf.